Dennis, erstmal herzlichen Glückwunsch, 2-0 Heimsieg gegen den FC St. Pauli, zweiter Heimsieg in Folge und wieder ein Tor zum 1-0. Wie wichtig war vor allen Dingen das 1-0 zu dem Zeitpunkt? Ja, ich glaube, das war sehr wichtig, weil um den Damm zu brechen, in der ersten Halbzeit hatten wir auch viele Chancen und hätten das 1-0 vielleicht machen können. Aber dann war es auch wichtig, dass wir dann in der zweiten Halbzeit schnell das 1-0 machen und dann nachlegen mit dem 2-0. Gut ausgespielt und ein schönes 2-0. Ich glaube, Ballbesitz technisch, ich glaube, so einen Wert wie heute habt ihr noch nie gehabt. Ich habe irgendwo mal gehört, irgendwas mit 80, 85 Prozent Ballbesitz. Wahnsinn, oder? Ja, wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir sehr viel Ballbesitz gehabt und haben um den 16 herum gespielt und dann viel Flanken gebracht. Und in der zweiten Halbzeit haben wir besser, zielstrebiger Richtung Tor gespielt und mit mehr Risiko. Und dadurch haben wir auch dann das 1-0 gemacht und das 2-0 und könnten vielleicht auch noch eins nachlegen. Jetzt habt ihr 35 Punkte auf dem Konto. Ja, hört sich weiterhin ganz gut an. Nächste Woche jetzt in Karlsruhe, wenn man da nochmal drei einfahren könnte, wäre es 38, wäre überragend. Ja, wir versuchen in jedem Spiel drei Punkte einzufahren, unser Bestes zu geben und wir schauen von Spiel zu Spiel und wir wollen überall die Punkte abknipsen. Leipi, 2-0 Heimsieg. Heute überragendes Spiel, glaube ich, über 90 Minuten heute gemacht. Also meiner Meinung nach eines der stärksten Spiele wahrscheinlich in der Saison bisher, auch was Ballkontrolle etc. angeht. Ja, deine Gefühlslage? Ja, wie du schon gesagt hast, mit dem Spiel in Frankfurt, unser bestes Saisonspiel und dann zu Hause hier. Ich glaube, die Bestätigung haben wir bekommen mit dem Oh, wie ist das schön. Das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gehört und ich denke, das ist auch dieses Jahr zu Recht. Diesmal zu Recht. Und ja, das haben wir auch genossen, auch wenn ich dann leider da von der Bank aus verfolgen musste. Aber davor die 85 Minuten, das war Kampf pur, haben den Gegner niedergerungen und auch verdient gewonnen. Von schwere Beine nach englischer Woche hat man nichts gespürt heute. Ah, doch. Die letzten zehn Minuten waren schon zäh, aber ja, nochmal die Kraft gefunden für den einen Konter, der zum 2-0 führt. Und ja, so konnte ich der Mannschaft heute wieder helfen. Wir haben 35 Punkte, sind besser als letztes Jahr. Und ja, jetzt haben wir sechs Punkte aus der englischen Woche geholt. Also ich denke, in Leipzig kann man mal verlieren. Haben wir trotzdem ansprechende Leistung gebracht. Und ja, jetzt freuen wir uns auf zwei freie Tage. Marc, Glückwunsch zum 2-0 Heimsieg. Ganz kurz deine Stimmung zum Spiel. Ja, also ich glaube, es war einfach mal wieder so ein Heimspiel nach dem Geschmack von der FC Heidenheim. Wir haben wirklich von der ersten Sekunde an Gas gegeben. Wir hatten, ich glaube, nach zehn Sekunden eine riesen Chance. Da kann es schon 1-0 stehen. Haben dann nicht aufgesteckt und hatten dann in der Folgezeit, glaube ich, auch gute Möglichkeit. Wir haben da richtig gute Dinge rausgespielt, wo wir uns schon belohnen können. Ja, hatten dann eine kleine Phase, bloß kurz in der ersten Halbzeit, wo wir vielleicht ein bisschen St. Pauli besser ins Spiel kommen haben lassen. Aber dann auch mit der zweiten Halbzeit. Jeder hat gemerkt, dass wir heute brennen, dass wir heute wirklich nicht aufhören, sondern wir werden uns immer zu Fehler zwingen wollen. Und das haben wir geschafft und haben dann auch verdient die Tore gemacht. Natürlich, muss man sagen, nach dem 1-0 ganz kurz vielleicht wieder zwei, drei Standards zugelassen, die unnötig waren. Und ja, das müssen wir wieder lernen. Heute haben wir aber gut verteidigt. Und dann haben wir natürlich kurz danach auch noch den Schlusspunkt draufgesetzt mit dem 2-0. Dann war das Spiel gegessen. Und ja, wir haben heute einfach 90 Minuten Vollgasfußball gespielt. Ich glaube, jedem hat es gefallen. Jeder geht froh nach Hause und wir sind bei 35 Punkten. Das ist hervorragend. Ja, ich denke, dass man da nicht drum herum reden muss. Das war eine verdiente Niederlage heute. Wir haben gegen den Gichner gespielt, der hoch motiviert war, der uns sofort von der ersten Minute an reingepresst hat, Gegenpressing gemacht hat und sehr, sehr hoch motiviert war, hier zu Hause am Ende der englischen Woche was zu reißen. Und bei uns hat man gemerkt, dass wir personell am Limit waren in dieser englischen Woche. Wir hatten zwei Spiele, in denen wir an die Schmerzgrenze gehen mussten. Wir sind beide mal 119 Kilometer gelaufen, unglaublich viel gesprintet, sehr viel gearbeitet und verteidigt. Duisburg war ein ganz schweres Spiel für uns, weil Duisburg natürlich alles reingelegt hat, um nochmal die Chance zu suchen, da unten rauszukommen. Das Gleiche mit Braunschweig, die bei uns alles gegeben haben, um oben nochmal ranzukommen im Kampf um den dritten Platz. Und diese beiden Spiele haben uns sehr viel Kraft gekostet. Wir hatten wenig Möglichkeiten zu wechseln, weil wir eben so viele Verletzte und kranke Spieler haben und hatten. Und das hat man heute einfach gemerkt, dass unsere Jungs nichts mehr zuzusetzen hatten. Erste Halbzeit ging das noch so, obwohl wir da auch schon, hat man auch schon gemerkt, dass die geistige Frische nicht mehr ganz so da war, weil wir viele Bälle verloren haben in der Vorwärtsbewegung. Wenn wir den Ball dann gewonnen hatten, dann muss man, wenn man hellwach ist, dann kann man sich aus diesen Situationen befreien. Das haben wir nicht hingekriegt. Wir haben viele Bälle dann verloren und auch falsche Entscheidungen getroffen, nochmal zu dribbeln, anstatt schnell zu spielen. Da hat man schon gemerkt, dass es eng wird. Wir haben dann in den ersten Minuten ein paar Chancen zulassen müssen. Wir haben dann selbst von der 24. bis zur 35. Minute mal zehn, elf Minuten dominieren können mit Torschancen. Angefangen mit diesem langen Heber von Schatkowski, dann Schüsse von Lenarty, von Aluschje bis hin zum Pfostenschuss von Aluschje. Da hätte er sicherlich ein Tor fallen können, aber das waren zehn Minuten, muss man ehrlicherweise sagen. Danach hat Heidenheim wieder das Kommando übernommen, hat wieder vor der Halbzeit ein, zwei Riesenchancen gehabt. Und nach der Halbzeit 53. Minute, ich weiß gar nicht, wie der nicht reingehen konnte, da haben wir schon ein Riesenglück gehabt. Wir haben selbst bis zum Führungsdorf von Heidenheim nicht einmal aufs Tor geschossen und hatten dann nicht mehr so viel zuzusetzen. Also verdient für Heidenheim, aber auch überhaupt keinen Vorwurf an unsere Jungs, die auch in einer aussichtslosen Situation wie heute noch alles reingeworfen haben, lange Wege gegangen sind. Aber es war einfach zu sehen, dass wir heute nicht durchkommen und dass Heidenheim heute einfach diesen Tick besser und frischer war und absolut verdient gewonnen hat. Ein großes Kompliment an Heidenheim überhaupt für die Arbeit hier, die hier geleistet wird, auch von Frank. Das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Und wenn ich das sehe, was sie hier aufgebaut haben über Jahre hinweg, das ist aller Ehren wert. Und hier werden auch viele andere Mannschaften Schwierigkeiten haben und haben auch schon Schwierigkeiten gehabt. Also da freue ich mich sehr darüber, dass auch Kontinuität auf diese Art und Weise belohnt wird und natürlich auch korrekte und ehrliche Arbeit. Das darf man auch mal erwähnen, wenn Heidenheim im letzten Jahr, in der letzten Saison, obwohl sie schon gerettet waren, nicht so Gas gegeben hätten gegen unmittelbare Konkurrenten von uns, dann würden wir hier jetzt gar nicht sitzen. So ist das gewesen. Wir haben auf der Zielgerade quasi ein Tor mehr, was Aue geschossen hätte, dann würde ich hier jetzt nicht sitzen, sondern in Cottbus irgendwie. Und das sollte nicht respektierlich klingen. Das ist halt, mir fiel jetzt nur in kein anderer Verein in der dritten Liga ein. Und das ist eine Top-Arbeit und ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, komm, lass ihn die drei Punkte hier, die haben es verdient von gestern. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel hinzufügen. Ewald hat mitgeschrieben und deswegen, es war genau so. Unser Ansatz war heute über wirklich ein hohes, laufintensives Pressing, den Gegner, der einen Tag weniger Zeit gehabt hat, sich zu erholen, letztendlich zu Fehler zu bringen. Das ist uns, glaube ich, das erste Mal nach 14 Sekunden geglückt, als Arne Feig den Ball abläuft, quer durch den 16er Pass, wenn man da ein bisschen Glück hat und eine Fußspitze hinbekommt, macht man da vielleicht sogar schon ein Tor. Haben zwei, drei Mal nachgesetzt in den ersten Minuten, haben Kontrolle gehabt. Aber dann mit der Situation, wo Zimbo den Ball weit aus dem Tor kommt und den Ball nicht richtig klärt und der Ball von Schadkowski kommt, war so ein bisschen hallo wach, denke ich, für den Gegner. Danach gab es nochmal drei Möglichkeiten, auch mit dem Pfostenschuss. Klar, da kannst du auch in Rückstand geraten. Ich fand es aus unserer Sicht wichtig, da nicht so in die Halbzeit zu gehen, sondern nochmal zurückzukommen. Dann nochmal versuchen, Torchancen herauszuspielen. Das ist uns dann auch in den letzten zehn Minuten mehr oder weniger gut gelungen. Und ja, die zweite Halbzeit, ich fand uns in der ersten Halbzeit gut und die zweite Halbzeit war sehr gut. Wir haben das Spiel kontrolliert. Wir haben Chancen, wie gesagt, herausgespielt. Und der entscheidende Faktor für mich ist, wenn du dann so eine Chance liegen lässt, wie Kevin Kraus und Timo Bermann, die den Ball noch, ich glaube, Kevin Kraus legt nochmal quer, kann schon selber das Tor machen. Timo Bermann schießt noch jemand an. Da kann sein, dass du dann nicht mehr zurückkommst oder nicht mehr an dich glaubst. Aber den Fehler haben wir heute nicht gemacht, sondern wir haben nachgesetzt. Und so war es dann auch beim 1-0 eine ähnliche Szene wie in der Szene, die ich gerade beschrieben habe. Zweiter Ball, Himmelmann hält, aber Dennis Tomala setzt alles auf eine Karte und macht dieses wichtige 1-0. Sicherlich die Entscheidung dann war das 2-0. Ich glaube, einen Konter, ähnlich wie in Leipzig schon, kann man nicht besser ausspielen. War auch wichtig, dass beide Stürmer dann letztendlich ihre Tore heute gemacht haben. Aber ein Kompliment muss man halt insbesondere der ganzen Mannschaft machen, weil sie sich zu 100 Prozent an das gehalten hat, was wir uns vorgenommen haben. St. Pauli keine Ruhe gelassen hat, bereit war wirklich jeden Ball auch zu jagen. Und deswegen sind wir heute auch sehr glücklich, dass uns das gelungen ist, mit einer aussichtlichen Bilanz vor dem Spiel einfach einen weiteren Sieg draufzupacken, 35 Punkte zu haben. Und somit heute zufrieden nach Hause gehen können und auch unseren Fans, denke auch endlich mal wieder, ein richtig schönes Fußballspiel gezeigt haben mit vielen guten Aktionen. Und von daher für uns ein rundum gelungener Tag. Ewald natürlich und St. Pauli alles Gute in den verbleibenden neuen Spielen, möglichst viele Siege. Und dann werden wir sehen, wo St. Pauli am Ende steht. Dankeschön. Vielen Dank.